Roter Edelstein Okay, ich muss sagen, der Drang ist jetzt auch da, auf dem Weg vom El Gigante zu laufen, um zu gucken, was da ist, aber mit Ächle beim El Gigante. Ah, ich weiß nicht so recht. Kommen wir überhaupt zurück? Nö, ne? Rufen sie mal. Vielleicht müssen wir ja nicht genau zum El Gigante. Wir gehen einfach mal picken. Vielleicht hätte ich einmal Zwischenspeichern nochmal sollen, aber egal. Wir gehen jetzt einfach mal gucken, ob es möglich ist, den Hebel noch in die andere Richtung umzulegen. Und, äh, ja, ob wir den einen Schatz da auch noch finden. Da ist sogar ohne, um gegen den El Gigante zu kämpfen. War nicht hier sogar eine Schreibmaschine. Sehr nice. Machen wir mal einmal da so ein Speicher-Ding. Für den Fall der Fall der Fälle, dass unsere Idee dumm ist. Richtig dumm. Damit ihr versteht, was ich meine. Ja, jetzt ist das richtig okay. Ist jetzt die andere Tür zu wieder? Jo, okay. Der El Gigante wird hier auf diesem kleinen Weg auftauchen. Und das ist nicht so gut. Ja, komm her. Sing her. Und das ist es nicht so gut! Ich glaube, wir werden jetzt sterben. Ich hätte früher müssen anfangen, hier. Oh, der nimmt mich. Er steht tot. Okay, das wird interessant. Aber, wieso nicht? Wieso sollten wir uns nicht versuchen? Wir müssen nur anders rangehen an die Sache mit den Steinen. Ja, ja, Leon. Oh, 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 oh. Ja, das hat es nicht gemacht. Das war nicht schnell genug. Ich habe schon. Ich habe mir mit dem Steinen eigentlich gerade meinen Weg selbst ein bisschen verbaut, ne? Mein Leben ist mir wichtiger. Also, kann sein, dass wir es nochmal versuchen müssen, weil ich hier ein bisschen mir das verbaut habe. Oh. Ich wollte nicht zurück. Wir werden nachher so out of money sein. Wir werden sowas von out of money sein. Aber ja. Wenn ich ehrlich bin, ist das die Stelle, die ich eigentlich am wenigsten, äh, gemacht habe. Jemals bei Waze sind die Waffe ja so. So langsam bin ich auf den Punkt, dass ich sogar will. Der tötet mich. Okay, er tötet. Er schreit. Weil so schnell war ich jetzt nicht. Also, der Kampf gegen den Gigante, äh, ist doch auch heftiger als die Leute. Oh nein, weil ich einmal rein und raus ging. Hat der den Speicherstand übernommen jetzt. Das ist nicht so gut für mich. Komm, lauf, 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 lauf. Klettern. Eih, ich hoffe so. Er ist gleich nicht einfach tot. Das wäre nice. Komm schon, komm schon, komm schon. Nein. Jetzt bin ich tot. Komm, ey, schnell. Ich muss das jetzt machen. Oh, ich bin so dumm. Ich verschwende so viel Muni. Ich glaube, wenn ich richtig liege. Okay, geht doch nicht bei ihm. Hätte ja sein können. Weil die Parasiten... Ja, die Blendgranaten gar nicht mögen. Das ist mein eigentliches Plan, den ich machen wollte, habe ich damit vergessen. Ich wollte eigentlich die Tür öffnen. Komm. Ich hätte ja die Tür auch öffnen sollten. Okay. Es tut mir leid für euch, Leute. Ihr werdet euch so aufregen. Dass ich jetzt gegen ihn gekämpft habe. Aber... Hey, wir haben jetzt eine Menge Geld. Du, keine Munition mehr. Da kommen wir nicht hin, ne? Das fällt leider auch nicht runter. Würde ich behaupten. Ja, was schätze. Okay, echt. Ihr braucht dringend was zu heilen, aber... Und die Muni, die wir ja jetzt schon... Was war da noch was? Ein alter Schlüssel. Okay. Also, die Pistolen-Muni, die wir jetzt schon hier gesammelt haben... War es schon mal wert. Muss ich dazu sagen. Da ist der Schatz. Ich hoffe, der war es auch wert. Ja, aber das ist auch für die Maske ein Teil. Deswegen habe ich nie die Maske fertig bekommen, weil ich nie hier hingegangen bin. Ich habe nie die beiden Wege gemacht. Nie. Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut. Ich weiß, es werden ein paar von euch sich gerade zu Hause aufregen, wieso ich so dumm war. Aber... Ich finde es gut. Ich habe mal noch was gesehen vom Spiel. Ein Teil von einem Kampf, den ich noch nie gesehen habe. Oder vielleicht beim ersten Mal gesehen habe und ihn damals auch zu schwer fand und deswegen sofort rüber gewechselt bin. Das war meine Hoffnung. Eins muss ich zwar jetzt sofort verwenden an Ashley. Oh, ich hätte dann noch gucken können, was ich so tunen kann. Was hast du denn? Ist das alles, Stranger? Ist das alles? Hehehe. Nicht genug Geld, Stranger. Aber... Ja. Jetzt ist zu wenigstens wieder komplett geheilt. Uns geht's gut und wir haben beide Wege abgeschlossen. Das ist auch... Eigentlich ganz cool. Speichern wir... Oh, wir hätten oben weiter speichern sollen. Egal. Ich würde es jetzt eh nicht mehr anders machen, weil wir haben es geschafft. Also... Und ja... So schlecht stehen wir jetzt auch nicht mit der Muni da, muss man sagen. Könnte besser aussehen, aber... Könnte auch schlimmer aussehen. Aber wo... Und da... Vielleicht... Was da hier machen? So. Hier ist also die berühmte Gondel. Den sie so... Schlecht geht's uns doch nicht hier mit der Muni. Oh gut. Oh gut. Das war's für heute. So, dann wieder da hoch wechseln. Es ist jetzt gereicht, um hier zu überleben. Guck mal, mit dem Gondel. Äh, dies scheinen die Bedienfelser für den Fahrstuhl zu sein. Da spiele ich lieber nicht dran rum. Denn ich muss damit zurückfahren. Ja. Schade, dass du nicht dran rumspielst, aber... Okay, die eine Blendkanate, die war Verschwendung. Aber wie gesagt, ich hab mir einen größeren Effekt damit erwartet. Gut. 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 Okay, da ist noch ein Schatz. Sehr gut. Ashley tot. Ja. Okay. Wir sind schon aber hier unten sehr nice. Okay, das ist... Wir holen alles. Das hier ist jedenfalls viel besser wie in den, ähm... ... 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